Musik Wir befinden uns hier im Laden der Solio Produkte am Produktionsstandort in Castaseña. Wir verredeln seit 40 Jahren natürlich Alperrohstoff zu einzigartigen Körperpflegeprodukten von höchster Qualität. Die meisten Kräuter und Pflanzen stammen aus der Region von Solio, wo sie auch aus Wildwuchs- oder Wildpflanzungen geerntet werden. Als wir hier vor 44 Jahren kamen, haben wir uns von Anfang an verliebt in diese wunderbare Landschaft. Wir hatten Geisse und Schafe, die wir heute noch haben. Wir haben gesehen, dass es wunderbare Kräuter hier hat, eine ganz tolle Natur ist, dass es ganz tolle Leute hier sind. Und dann haben wir aber gesehen, dass wir Mien Spezialitäten machen müssen, um hier auch zu überleben und eine Existenz aufzubauen. Wir wollen mit unseren Produkten die Einzigartigkeit von BGL weitergeben. Gleichzeitig wollen wir auch Arbeitsplätze garantieren und damit einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung vom Tal leisten. Die meisten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten Teilzeit und sind aus dem Bergell. Wir sind hier in Solio, in Kühe. Das ist ein bisschen ausserhalb vom Dorf, in einem von unseren Gärten, wo wir Kräuteranbauen für Solio-Produkte. Circa 30 verschiedene Sorten machen wir über den ganzen Sommer. Diese trocknen wir im Dorf und liefern sie dann anschliessend an das Solio-Produkt. Einen Teil der Kräuter holen wir in den Wildwuchs. Das heisst, wir holen sie in der freien Natur, wie das Johanniskraut, die Spirea, die Kastanienblätter. Oder wir bauen sie hier in den Gärten an wie der Hanf. Solio ist ein Glücksfall für die Castasegna und für das ganze Bergell. Es ist ein sehr wichtiger Arbeitgeber. Sie tun vor allem einheimische Ansteller. Das ist natürlich sehr schön. Sie tun ein erstklassiges Produkt herstellen und verkaufen. Vor allem in der Schweiz, aber auch im Ausland. Und sie machen eine ganz gute Werbung, eigentlich die beste Werbung für das Bergell. Wir sind hier in der Drogerie Girasole, im Vico Soprano. Wir haben hier unsere Solio-Produkte zum Verkaufen. Mir gefallen diese sehr gut, weil sie sind natürlich, haben natürliche Inhaltsstoffe. Sie sind sehr ergiebig und sie sind regional. Solio-Produkte sind sehr beliebt. Sicher vor allem bei den Einheimischen, als Geschenksidee oder auch für sich selber. Und sicher aber auch bei den Touristen, vor allem im Sommer, als Mitbringsel zum Beispiel. Meine Eltern haben das Unternehmen zusammen mit Walter Hunkeler aufgebaut. Und so bin ich eigentlich auch zum Unternehmen an sich gekommen. Ich bin jedoch mit 16 weggegangen für die Lehre. Und später habe ich dann angefangen zu studieren, den Bachelor gemacht. Ja, ich freue mich, dieses Unternehmen als Geschäftsführer zu übernehmen. Und meine Vision ist, mehr Wertschöpfung ins Tal zu bringen. Dadurch können wir mehr Arbeitsplätze arbeiten. Und vor allem gerade junge Leute ermöglichen, dass sie zurückzukommen ins Bergell. Und in Zukunft auch versuchen, die Vernetzung zwischen den verschiedenen Produzenten noch zu verbessern. Einheim-Tong. Musik 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 Vielen Dank.